Halliardöchen und herzlich willkommen zum versprochenen Video, zum versprochenen kleinen in Anführungsstrichen Event, das ich dann so geplant hatte und ja, dass einfach mal ein bisschen was kommt und ähm, ja, ich hab mir überlegt, wir könnten noch, wenn Gothic 5 rauskommt, ich mein, wir wollten ja alle auch eine geile Story haben und äh, die ein oder anderen stellen sich ja vielleicht schon die ein oder andere Story vor, so, na, es könnte so und so sein, whatever, ähm, ihr habt jetzt die Chance, bzw. ja, wenn der, der Bock hat, kann, mitmachen, der, der keinen Bock hat, nicht, aber ich, äh, würde mich freuen, wenn so viele wie möglich von euch mitmachen würden und zwar, ähm, es geht darum, äh, die Geschichte von Gothic 5 sozusagen zu schreiben, beziehungsweise, ja, so und so ein, keine Ahnung, so ein paar Zeilen, ähm, wie ihr euch denn die Geschichte von Gothic 5 vorstellt und, äh, ja, jeder einzelne von euch soll das tun, diese Geschichte einfach aufschreiben, z.B., keine Ahnung, ihr sagt einfach, äh, Gothic 5 soll an Gothic 3 anknüpfen, von mir aus könnt ihr auch sagen, ihr soll in Gothic 4 anknüpfen oder, keine Ahnung, das schreibt ihr immer noch oben drüber, also, äh, keine Ahnung, meine Gothic 5 Story knüpft an Gothic 3 an, Doppelpunkt und dann erzählt ihr die Geschichte, was denn darin passieren soll, ähm, also was ihr euch so vorstellt, keine Ahnung, also einfach ein bisschen Kreativität, äh, hier frei in Lauf lassen und, ähm, ja, dann, äh, ja, speichert es ab und, äh, schickt es mir und zwar könnt ihr das einmal so machen, ihr schickt es mir auf der Facebook Page als persönliche Nachricht oder ihr schickt es mir als persönliche Nachricht auf YouTube, also hier auf diesem Channel, das könnt ihr machen, wie ihr wollt und, ähm, ja, ich würde mich auch immer freuen, wenn so viele Leute wie, 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 wie möglich da mitmachen, äh, eine Videoantwort oder sowas bringt mir nicht viel, denn, äh, ja, ich brauch das ja in Textform, denn, äh, mit diesen ganzen Texten hab ich dann was vor, äh, diese ganzen Texte, die fasst entweder ich oder auch wir alle zusammen, fassen die dann zusammen und machen eine große Story draus, eine Story, so eine große, so ein rundes Paket und dieses runde Paket, das schicken wir dann Piranha Bytes und dann vielleicht schreiben sie mal zurück und vielleicht, keine Ahnung, weil finden sie es ja ganz geil, ähm, wenn sie Gothic 5 machen, haben sie wahrscheinlich eh ihre eigene Story, vielleicht können sie ja noch ein paar Anregungen holen oder sowas, ähm, wenn ihr zum Beispiel auch schreiben wollt, was für ein Setting das spielen soll, das könnt ihr alles dann so separat noch dazu schreiben, also, also bitte nicht so durcheinander bringen, ähm, die Story halt in einen Absatz und dann, wenn ihr sagt, ja, ich will unbedingt noch aufschreiben, was ich, richtig geil fände als Setting oder als, äh, Grafikstil oder keine Ahnung was, dann könnt ihr das auch alles noch, äh, reinschreiben und so oder, keine Ahnung, Spiellänge oder whatever, also natürlich schon ein bisschen im Rahmen, hier ist ja nur 50 Stunden Spiellänge oder 100 oder 50.000 oder sowas, natürlich im Rahmen, ähm, genau, sowas einfach in die Kommentare, äh, oh mein Gott, einfach sowas in diesen Text schreiben und mir dann schicken. Ähm, genau, und da dieses ja alles nicht ewig gehen soll, ähm, hab ich mir gedacht, ist der Einsendeschluss dieser ganzen Texte und so weiter bis zum 17. Februar, also bis zum, ne, wir machen den 16. Februar, äh, und zwar ist es ein Samstag, das heißt, ich hab dann den Sonntag Zeit, das alles so ein bisschen auszuwerten, um mal zu überlegen, was dann da so, ja, passiert mit diesen ganzen Texten, also bis zum 17. Februar, äh, oh mein Gott, bis zum 16. Februar, ähm, da habt ihr Zeit, diese ganzen Texte zu schreiben, äh, an eurer Stelle würde ich es jetzt halt einfach dann, ja, zu nächster Zeit dann machen, dass ich da auch schon ein bisschen Übersicht, äh, ne Übersicht hab, was denn da Geiles dabei rauskommt und, äh, schon ein bisschen planen kann. Aller spätestens halt am 16. Februar, ähm, das alles abschicken und, ja, mir dann halt geben und, äh, ja, dann werdet ihr am 17. Februar oder halt in der Woche drauf dann ein Video von mir vorfinden, beziehungsweise, ja, werdet ihr dann halt von mir hören, was, äh, denn daraus jetzt geworden ist und sowas und, äh, ja, bei irgendwelchen Fragen oder ähnlichen könnt ihr sehr gerne in die Kommentare schreiben, ich hoffe, das ist ein ganz geiles Event, eigentlich ist es gar kein Event, ne, das ist eigentlich immer so, let's, let's schreib oder sowas oder schreibt doch mal auf oder sowas, aber, ähm, wäre cool, wenn da viele Leute mitmachen und, ja, bei Fragen gerne in die Kommentare schreiben und, äh, ja, das wär's denn eigentlich jetzt auch schon von mir. Ich bin somit also raus und, ja, wünsche euch viel Spaß und viel Kreativität beim Schreiben. Wenn ich dazu komme, werde ich dann auch noch ein Textchen schreiben, dass dann noch ein bisschen was von mir dazu kommt. Ja, und wenn nicht, dann, äh, ja, ist eure Unterstützung wahrscheinlich krass mit dabei. Alles klar, so, dann, äh, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Schreiben. Haut rein und bis zum allerspätesten 16. bzw. 17. Februar. Bis dann, tschüss!